Guten Morgen, liebe Fans. Heute ist Dienstag. Guten Morgen. Terra, guten Morgen. Das ist schon in Ruhe. Okay. Ich brauche Sachen. Oh, hier hat jemand richtig Gas gegeben im Trainingslager. Da sieht man, er gibt einfach alles für den WSV. Bruder, lass mich schon in Ruhe. Groß Beiz. Tantia guri a te, Tantia guri a te, Tantia guri a te, Tantia guri a te. Tantia guri a te, Tantia guri a te. 40? Kurz davor. Vielen Dank. Danke. Danke. Yo. Super geschenkt bekommen. Nein. Alter Mann. Schlimm. 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 Du tritt doch einfach noch. Ciao. Ich habe schon gecheckt vorhin. Was? Hallo. Andy. Dankeschön. Alles Gute. Bleib so wie du bist. Alter Mann. Du hättest lieber auf. Ich hab sogar Kinderbrüner. Alles Gute zum Geburtstag eigentlich. Tali, was wünschst du um Andy? Seinen 27. Viele Punkte. Gesundheit. Viele Punkte? Viele Punkte um Gesundheit. In Flensburg oder wo? Deine Familie telefoniert? Nein. Viele Vorwarten. Dann komm ich später. Falsch. 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 Lasst ihn bitte draußen dafür, dass er deine Sachen weggeworfen hat. Steck? Ob. Ab zum Predig. Wir haben maximal Spaß. Andi, du hast heute Geburtstag, gab's schon eine Überraschung? Nein, Andy hat heute Geburtstag. Du musst nach vorne. Du musst nach vorne. Du musst nach vorne. Du musst nach vorne warten. Wie war dein Geburtstag bisher? Du musst nach vorne stehen. Und je nachdem, wo der Stürmer hinläuft, kannst du immer gehen. Ja, da merke ich meinen Drücken und meinen Alter. Da hat er recht. Aber ansonsten nicht. Und die Knie. Ich buche ihm heute eine schöne Hamam-Massage. Wo seine Geburtstag. Boah. Was machst du da interessantest? Hä? Was machst du da interessantest? Ich gucke mir die Laufwerte an. Bist du zufrieden mit deinem Laufen? Nein. Mit dem Laufen kannst du ja ganz gut, oder? Nein. Eigentlich nicht. Nicht genügen anscheinend. Was sind deine Stärken? Boah. Schreien. War es auch schon. Schon so ein Menschenhasser, oder? Menschen fressen natürlich. Kannibale. Aber Jeff ist in Ordnung, oder? Ja, Jeff ist okay. Kann ich ganz gerade. Wie ein kleiner Bruder ist. Wie ist das so mit dem großen Bruder im Trainingslager? Gut. Dann spielen sie Hipsen rum. Dann passt jemand zum Reden. Sofern der die paar Seiten bei dem Morgen. Das kommt. Das kommt. Das kommt. Das kann dafür aber... BAH! 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 Alter! Den kriegst du nicht mehr raus. Gezeigt. Nein, Bruder. Was hat das Schick jetzt? Die Marvel-Felder. Ausgeholt. Boah, ich bin, ich bin gerade diese Game of Thrones am gucken. Ich brauche aber diese einzelnen anderen. Boah, war schon ein guter, ne? Der ist gut. Warte, lass mal stecken. Ich muss... Jetzt bin ich... Trick, trick. Hier ist unser Profi. Trink nur Wasser. Das stimmt. Deswegen kann er immer noch so laufen und sprinten. Er ernährt sich sehr bewusst. Wirklich sehr professionell. Auch außerhalb des Platzes. Er macht so. Ich habe nicht gehört. Im Kopfhörer. Ciao, Alter. Was macht ihr? Du kannst das Kamera in deinem Zimmer. Wie bitte?